Guten Tag! Du zählst, du zählst und du machst eins. Und so hängt es. Wir gehen ganz genau runter. Okay, dann weiß ich, dass ich gleich... Und bitte, weil du nicht boxen kannst, kannst du immer schön drauf gehen. Und der geht immer weg und boxe dich auch. Ich mach das sowieso. Aber so wieder dich jetzt immer draus. Schön durch, weil du kannst nicht boxen. Wunderbar! So los! Kommen! Genau, Günther, das meine ich. Jetzt muss er raus. Der muss da raus. Mach ihn drücken, das ist nur MMA. Genau. Und das habe ich gemeint. Sobald der raus ist, hast du ein Problem. Drück in die Ecke, Günther. Günther, komm runter. Drück in die Ecke, bin gerade eben. Drück ihn rein. Drück ihn rein. Nein, kein MMA. Kein MMA. Nochmal. Drück, drück. Drück, drück. Das kann ich auch. Warte mal kurz. Ah. Ist das Regen da? Ah, ne, meint es schon. Komm da. Schau, jetzt gucke dich. Der hat auch geschafft, ja. Gut, Günther, geht auf, zieh zu. Direkt rein mit dem Bein, Günther, geh rein. Geh rein mit dem Bein. Ich krieg deine Beine, aber ich bin da. Ich krieg deine Beine, 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 ich bin da. Drei Mal Boden. Normale Ringe. Ja, ich krieg deine Beine, ich krieg deine Beine. Ich krieg deine Beine. Du bist so bad shit, Mann. Ich krieg deine Beine, ich krieg deine Beine. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.